Einen wunderschönen guten hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge vom 30.000-Special zusammen mit dem Extremverzogt. Ja, hallo! Hallo! Wir sind heute hier und machen hier ein großes Beetle mit meinem Logo, mit den Pristen und mit den Emerald-Blocks. Eine Runde Lucky Rush. Ja, okay, aber das ist viel zu wenig. Wie, das ist zu wenig? Wir brauchen noch was. Wir brauchen noch mehr Lucky Logs. Noch mehr von allem. Noch mehr von allem? Ja. Gut, dann machen wir noch mehr von... Dann brauchen wir noch mehr, okay. Dann machen wir noch mehr Extrem. Bis gleich. Okay, Max. Jetzt haben wir mehr. Wir haben eins mehr Wolle und wir haben Infinity-Blöcke und wir haben Phantasia-Blöcke. Das ist doch... Mehr. Mehr Blöcke. Mehr. Ja, wir brauchen mehr. Okay, dann machen wir noch mehr. Okay. So, Max. Jetzt sind wir mit Galaxy-Blöcken und Illuminati-Blöcken und drei Wollen im Spiel. Was machen wir denn jetzt? Jetzt bin ich zufrieden. Wir könnten anfangen. Extrem genug? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir setzen unsere Spawn-Points und let's go. Okay. Wuhu. Das wird spannend. Offenbar. Oder auch nicht. So, Spawn-Point ist gesetzt. Game-Mode 0. Und dann würde ich sagen, Start in drei, zwei, eins, go. Ich würde einfach direkt mit den Blöcken hier beginnen, um ehrlich zu sein. Mit welchen? Ja, mit den Illu-Blöcken. Für den Fall, dass du mich rushen willst. Oh nein, der wird bestimmt explodieren. Du bist explodiert. Nein, jetzt ist Snyder explodiert. What? Ich habe etwas Großes bekommen. Verdammt. Etwas Großes, Langes, Hartes. Etwas Großes, Langes, Hartes. Nice. Mann, jo. Wo es donnert? Donner heißt was Gutes. Oh. Nein, Explosion, 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 Explosion. Emperor. Nice. Emperor. Ein Chef-Rollé-Emperor. Ein Chef-Rollé-Emperor. Oh nein. Da war... Oh, ich habe noch nicht das im Inventar und Diamanten von gerade. Ups. Läu. Erstmal Max bescheißen. So gehört sich das. So ist das immer nice, ey. Du musst das, ne? Oh Gott. Oh, auch schon wieder explodiert. Manu. Gut, dann hatten wir in den Blöcken keine Chance. Beziehungsweise kein Glück. Ja, ich nur bei zwei. Aber die bringen uns auch nicht so viel. Oh, wow. 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 Na toll. Die haben wir jetzt da rausbekommen. Nice. Super. Bringt uns aber leider nichts. Zum ersten Mal kriege ich aus diesem Galaxy wirklich nichts raus. What? Au. Was hast du denn da? Wasser oder wat? Ich. Ja, bei dir auf der Plattform. Ist das Wasser, das runterfliegt? Ja. Ja. Ah. In dem Wassergefängnis. Oh. Nein, nein. Ich will nicht hochgucken. Ich will nicht hochgucken. Lass mich raus. Lass mich raus. Dankeschön. Was willst du? Ich will nicht hochgucken. Die meinten, look up. Weil ich wollte nicht. Aber hochgucken ist sowas Tolles. Ja. Hochgucken ist immer schön. Oh Mann. Komm schon. Well, that's your problem now. Nein, ich habe auch ein Wassergefängnis. Kann ich mich hier irgendwie rausporten? Ich glaube nicht. Ich kann Dynamit benutzen. Oh Gott. Ich spreng mich jetzt. War die einfache Möglichkeit. Naja, bei mir waren gerade ganz viele Ghasts. War nicht so geil. Oh, was habe ich da bekommen? Small Home. Oh, ich habe jetzt good luck, Alter. Ich habe schon so gut wie gewonnen. Ich habe das Infinity. Oh Mist. Du hast das Infinity. Infinity Dings Bums. Wie heißt es? Bums Dings. Boah. Ja, jetzt sprich dich aus. Das Secret. Ich habe ein Pferdchen. Juhu. 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 Ein Stack Nezastars. Ein Stack Emerald Blocks. Ein Stack Diablocks. Und ein Stack Gold Blocks. Jetzt brauchst du nur noch ein Crafting Table. Ist im Haus drin. Wie ist im Haus drin? Oh fuck. Nein. Wunderschön. Oh, ich brauche ich, Leute. Oh, ich brauche ich. Dann kriegst du das Secret auch. Ich will das Secret vielleicht gar nicht. Vielleicht will ich einfach nur den einen Schuss hier treffen. Bist du in der Mitte, oder was? Ja. Geil. Oh, ey. Ohne Shit, ey. Du kriegst da eh nichts raus. Wett ich mit dir. Wow. Ich bekomme Dauerpizza. Das alles. Endlich. Nicht ein Helm. Wow. Und läuft bei dir. Juhu. Komm schon. Hoch. Rein noch. Hä? Was war's? Ja. Oh, ich hab mir ausgesehen den Helm gegeben. Ja. Wieso ist das Ding? Hä? Ja, das ist dieses Autocrafting ist echt verbuggt manchmal wieder. M-A-Cheat-Mode. Recipe-Mode. So, jetzt dürfte es nicht mehr gehen, oder? Ja, jetzt geht es nicht mehr. Nein, ich hab meinen Enderpuffer verbraucht. Oh. Okay, aber da steht ein Mini-Katze. Hallo, Mini-Katze. Ich mag dich. Willst du mein Freund sein, Mini-Katze? Dann solltest du aufhören, mich zu boxen. Weil das einfach nicht nett ist, weißt du? Mich zu boxen ist nicht nett. Boxen. Boxen. Aus den Dingen kann man dir... Ja! Wuhu! Fullilu. Echt? Ja. Wie? Ich hab noch aus dem letzten von den Geschenkdingern das letzte Illu-Teil gekriegt, was mir gefehlt hat. Aber das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist theoretisch das Schwert. Das hab ich nicht. Das Schwert hab ich nicht. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Aber da hab ich eine gute Alternative, wenn ich ehrlich bin. Ich bin Fullilu. Mit Schwert und allem? Ja. Bogen, Schwert. Da bin ich jetzt aber natürlich ziemlich... Oh nein, der ist runtergefallen. Was ist runtergefallen? Ein Gegenstand. Na, komm schon. Ich seh dich. Geh weg. Geh weg. Oh Gott. Was war das denn jetzt? Nur ein Leg. Oh, oh, oh. Emeralds. Oh, oh. Emeralds. So ist das geil, hab ich mal gehört. Echt? Ist das so geil? So ist das geil. Komm schon, ey. Nein! Hab ich hier irgendwas in der Richtung? Nein, hab ich nicht. Verdammt, Leute. Ich weiß nicht, ob wir es riskieren dürfen. Niemals. Wird halt gerne irgendwie mal Blöcke. Achso, ich hab doch genug Blöcke. Mongo. Ich hab doch genug Blöcke, Mongo. Wow, ganz viele Partikel. Ich kann nichts sehen. Verdient hast du das. Ah! Nein! Ich bin runtergefallen. Ich dachte, ich erwisch dich. Hast du mich erwischt? Ja, aber ich dachte, ich erwisch dich richtig hart. So, dass ich... Ja, du bist tot. Ich bin runtergefallen. Hä? Extremverzog war Slame. What? Warum kann ich dich in Full-Elo-Rüstung damit töten? Mit was? Lol, ich kann mir die Phantasia-Rüstung machen. Ich hab die Phantasia-Game-Stone bekommen. Läuft. Aber ich hab dich doch umgebringt. Warum bist du nicht gestirbt? Da ist er. Da ist er, der Teil, den ich gebraucht hab. Komm schon. Wo bist du? Wo ist das Gegend... Nein, 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 nein. Oh, Leute. Ist das ärgerlich. Wo ist der? Was? Mein Pfeil. Ich hatte einen fucking Pfeil. Ach, Mann, ey. Jetzt haben wir keinen Pfeil mehr. Er ist weggespawned. Maaann. Er ist weggespawned. Ja, da ist er gerade, Katze. Da ist mich. Bum, bum. Gib mir die, gib mir die. Ja, Galaxy just played. Bum, bum. Oh, noch Galaxy-Stuff, Alter. What the hell? So, das dürfte hier jetzt erstmal einiges unterbinden. Ich bin der hinterhergesprungen in der Mitte und hab sie bekommen. Oh, ich hab German Let's Play gefehlt haben. Die ist einfach besser als... Nein! Jetzt ist das Ding auch noch in der Lava verbrannt. Ich hab richtig ein Badluck gerade. Es darf da nicht wahr sein. Und hier ist halt auch irgendwo mein Pfeil verbrannt, Menschen. Und unser Weg brennt ab. Wir müssen halt weiter Blöcke öffnen. Wir haben nämlich keinen Weg mehr. Oh. Wow. Was soll das sein? Das ist nichts von Interesse für uns. Oi, 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 oi. Komm schon. Oh, ein Fischi. Nice. Der wird den Sieg geben. Ja, wenn du das sagst, dass der dir den Sieg gibt, ey. Nein! Ich will das Ding nicht. Lass mich hier weg. Oh, du hast... Jetzt hast du Fliegen, oder was? Ja, mit der... Mit der... Mit der Rüstung. Mit Chessplay. Oh, Mann, ey. Alter, ich krieg zweimal das selbe Event hintereinander. Ist das ein Abfuck, Alter. Baby Items for Sacred. Oh, das ist ein Baby... Was willst du denn von mir? Hast du ein Baby Items for Sacred? Ja, in der Mitte. Ich spring den jetzt weg. Nein! Der ist doch lieb zu dir. Das stimmt auch wieder. Der hat dir nie was getan. Bis auf immer. Weil der halt schon immer cooler war. Weißt du? Nein, was ist denn jetzt... Oh, ich bin auf dem Pferdchen. Oh nein, ich glaube, ich habe einen Hasen getötet. Oh Mann, Alter. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen! Wow, wow, wow. Jetzt habe ich auch noch Wasser rausgeballert. Hör auf, da Wasser hin zu tun. Nein, da war ein Galaxy Helm. Der kriegt halt Galaxy Helm. Ja, der kann halt gerade die Mitte looten, weil ich kann nichts mehr machen gerade. Oh, OP, eine Eisenrüstung. One-Shot-Wonder läuft. Ich bin mal so nett, weil das dein 30K-Special ist. Was, bist du so nett? Wie nett bist du denn? Was willst du denn machen? Hä? Troller. Sprich dich ruhig aus. Nö. Nö. Was willst du mir sagen? Dass du mich gewinnen lässt, oder was? Ich bin doch schon... Nein, dass ich dir jetzt einen Weg gebaut habe. Wolle Nummer 1 ist weg. Ja, deine auch. Fuck! Ah, läuft. Oh Mann, ey. Komm schon. Wolle Nummer 2. Nein. Galaxy, du kannst das. Nein. Kannst du nicht. Oh Mann, ey. Jetzt ist... Die Maps sind auch... Die Bases sind auch noch so gebaut, die Bases, dass ich theoretisch die Blöcke gar nicht finde, selbst mit Fly. Das ist echt krass. Wie ihr dieses Wolle-Verstecken perfektioniert habt, das von allen Seiten irgendwie nicht mehr sichtbar ist. Oh, Treppen. Da ist doch bestimmt eine oben. Nicht. Wieso? Waren doch bis jetzt immer welche dort, wo ich die Treppen hingestellt habe. Solltest du dir vielleicht mal näher angucken, Max? Ja, was ist das denn für ein Ding hier? Also hier war Wolle Nummer 1. Wolle Nummer 2 ist weg. Verdammt! Verdammt! Ich brauche mehr Wolle. Komm schon! Ich bin gar nicht mal so schwer versteckt. Ich glaube, ich bin eine Bindekarze. Und die Kraft der Fantasie benutzen. Gebt ihr gleich die Kraft der Fantasie. Stammt, ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe. Labyrinth. Labyrinth. Hilfe. Hilfe. Ach, du hast es in Labyrinth auch noch schon gefunden. Ich dachte, das wäre eigentlich die Variante gewesen, um dich länger aufzuhalten. Verdammt! Ja, da war ich doch die ganze Zeit jetzt drin. Ah, Wolle Nummer 2 gefunden! Verdammt! Wo ist jetzt die dritte Wolle? Mann, Mann, Mann. Wo ist die dritte Wolle? So, Wolle Nummer 3 ist weg. Frau Holle! Frau Wolle! Holle! Wo ist die Wolle? So, wo ist die Wolle? Nein. Da ist sie ja. Hui! Nein, 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 nein. Das ist nicht fair. Nein. Nein, wir brauchen die letzte Wolle, Menschen. Ja. Ich komme, ich komme. Ich habe die letzte Wolle! Verdammt! Verdammt! Wo ist er? Fuck! Was, du kannst auch fliegen? Ja! Kann ich! Verdammte Scheiße! Los weg! Komm her! Komm her! Oh, 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 oh! Was, was, was? Ich habe einen Fehler in meinem Plan entdeckt. Was denn? Ich habe einen Fehler im Plan, Mann! Was! Der da! Ich habe gewusst, dass ich das Snotback habe! Oh, was! Au, unhöflich. Hallo, unhöflich. Hier, versuch's doch mal damit. Die Wald. Hast du gerade Atombomben geworfen? Was? Hier ist ein Nuclear Chlor. Äh, Core. Nuclear Chlor. Ah. Hab ich irgendwas, was hilft? Nein, hab ich nicht. Ah. Das sind Fischis. Ich mag Fischis. Es kommt halt echt aufs One-on-One raus. Nein, du versuchst mich runterzuschmeißen. Fuck, fuck. Die Fischis. What? Nein. Ja. Mann, ich hab meine Hand so verworfen. Weiß, was mach ich denn jetzt? Oh, da hab ich noch was. Aua. Fuck. Ich kann halt nur drauf warten. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, Fischis. Was? Ah. Komm schon. Warum fliegst du jetzt eigentlich nicht runter? Verdammt. Scheiß. Nein. Ich flieg nicht runter. Das wird wieder so ein Scheiß-Battle. Nein, wird's nicht. Oh, ich hitte dich viel öfter als du mich. Voll gemein. Oh, nein. Du machst mir Hoffnungen, ey. Komm schon. Ich warte auf einen bestimmten Moment. Du hast vor mir die Pizza gegessen. Deine erst schneller aufzuwirken. Verdammt. Du hast mein Pferdchen gekillt. Ja. Du bist ein Igel. Du bist ein Igel. Verdammt. Boah, legt das hier jetzt. Oh, warte. Ich besiege dich dank des Internets. Komm schon. Kann ich mit dem Ding machen? Oh, egal. Ich mach jetzt ein paar Blöcke auf währenddessen. Oh, fuck. Oh, fuck. Da kommt noch was. Nein, da ist Lava. Fuck. Jetzt. Sie hält gar nichts mehr hier. Alles ist voller Feuer. Oh, ich mach den mal auf für dich. Dankeschön. Oh, Pfeile. Nice. Oh, nein. Wie hast du eine Horse Armor? Nein. Ich hab selber runtergesprengt. Das zählt also nicht. Was denn? Ich bin dem Exclusive Cactus. Ja, aber ich leb noch. Ich leb noch. Du hast mich nicht besiegt. Das war ein Kaktus. Nein. Ich bin runtergefallen. Verdammt, ey. Was machen wir denn jetzt? Ich hab ne Idee. Ich nicht. Au. Das hat wehgetan. Okay. Okay. Nein. Das bringt uns leider nicht weiter. Verdammt. Gib mir Pfeile. Verdammt. Der hat mir auch keine Pfeile gegeben. Mach hier grad Blöcke auf, Max. Das ist unhöflich. Scheiße, ich hab keine Spitzhacke. Aber ich hab den da. Wow. Warum kannst du in dem Moment kein Leck haben? Stirb doch einfach, Max. Stirb doch einfach. Wer redet jetzt? Max, ich glaub, in dem Fall müssen wir wirklich einen Unentschieden callen. Niemals. Nein. Das will nicht. Das will nicht. Alter, was passiert da? Stirb. 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 Ich hab mich runtergeschmissen. Mit den Explosiv-Kaktus. Wuhu. Nice. Und ich muss ja jetzt gar nicht sterben. Leute. Im Ernst. Wow. Mein Spawnpoint ist in der Luft. Warte, wenn ich direkt nach vorne... Nee, geht auch nicht. Warte. Warte, ich baue da. Dankeschön. Dankeschön. Und? Wolltest du es direkt wegspringen? Hab ich mal gehört. Nein. Scheiße. Gott, war das knapp. Ich hatte noch keine Pizza-Intrust. Du hattest dich fast down gehabt. Nein, du kommst mir wieder zu nahe, was das angeht. Das ist nicht nett. Verdammt noch mal. Max, ist das ein Unentschieden? Niemals. Komm schon. Nein. Wo ist der? Wo bist du? Ich bin untergefallen. Bin ich dein Ernst? Ja, doch. Nein. Nein. Ja. Dankeschön fürs Hochpusten. Was? Ja, Mann. Ich bin eine Schwimmer, Katja. Ich meine auch. Echt? Ja. Wo zum Teufel bist du? Ich seh dich nicht. Da oben ist er. Hi. Was geht? Nein. Ich bin in Luft gewesen. Boah. War das knapp. Boah. 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 Okay. Ich glaube. Das wird echt nur nichts. Ist das ein Unentschieden? Kriegst kein Schaden, auch ohne Pizza nicht Dann ist es hier mit offiziell unentschieden Mensch, Tiere und Doktoren, wir kerlen lassen unentschieden Folge Nummer 2 vom Abo-Special Schaut auf jeden Fall mal bei Max vorbei Das war ein absolutes Ich glaube, so ein OP-Battle hatten wir noch niemals gemacht Das war wirklich hart Menschen, Tiere und Doktoren Bis morgen im Abo-Special spätestens Schaut auf jeden Fall bei Max vorbei Der ist jetzt in der Endcard Leute, macht's gut Und erstmal ciao Throw your cranes up Schaut auf jeden Fall Schaut auf jeden Fall Schaut auf jeden Fall